Oh mein Gott! Heute machen wir die 60 Minuten Pool-Trickshot-Challenge. Das heißt, wir haben 60 Minuten Zeit, die geilsten Trickshots am Pool zu machen. Und die Zeit läuft! Und erstes, komm! Da können wir eigentlich aufhören. War so geil, ne? Das ist ein Like da. Sag mal an, was du hier vorhast. Das ist der Lacrosse-Trickshot. Kennt ihr doch Lacrosse, oder? Das ist ganz schön langes Ding, ne? Ja. Ein bisschen kleiner als das Ding. Also das Ding hier auch, ne? Ja! Nice! Ja! Ja! Ey, Bruder! Das ist so schwer! F***, der ist ja komplett scheiße! Oh mein Gott! Ey! Sollen wir jetzt 60 Minuten diesen Shot machen, oder? Ja, komm! Wow! Boah, Junge! Ich kacke ab, Junge! Also konstanziere ich mal jetzt! Überschwer! Das heißt, wie schwer hast du? Eine Stunde später! Ja! Oh! Ja! 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 Zählt! Ja, komm! Er zählt! Er zählt! Ja, komm! Er zählt! Er zählt! Er zählt! Ehrer, Mann! Das ist... Okay! Das ist der, ich slide in deine DM-Strickshot! Ehring kriegt das nicht hin, das zu sagen, aber der macht den jetzt! Wir nehmen zu viel Zeit, weil du nicht reden kannst! Will das mal von da haben! Ja! Was macht der, Junge? Ja! Der springt dann! Ohne Ball! Ohne Ziel! Der springt einfach drauf! Ich wirf dann, wenn du surfst! Ja! Ich wirf auch! Ja! Boah! Aber der kann funktionieren! Ja! Und ihr könnt abstimmen, welcher Trickshot der geilste von denen allen war! Einfach in die Kommentare schreiben! Ich slide in deine DM-Shot, der schon ganz oben mit dabei! Wir sind hier jetzt am chillen! Mal gucken nach oben! Der Bruder kommt einfach auf dem Dach! Okay, was probierst du? Ich probiere den Arjen-Rom... Nein! Den Van Persie-Flugkopfball-Trickshot! Ja! Der war schon knapper! Boah! Ich geh kaputt, Alter! Planänderung? Ja! Das war doch zu easy! Deswegen machen wir jetzt so! Wie in Winkelköpfe! Untere Winkel! Aber Holzi kann nicht werfen ist das Problem! Wäre super! Boah! Aber Holzi kann nicht werfen ist das Problem! Den haben wir gleich! Boah! Boah! Du hast voll geil Charakter! In, set, go! Oh! Oh, shoot! Na drin? Ja! Jaaa! Da wird ein Tücher geknaut, ne? Ich wollte einmal vormachen, wie man nicht macht! Und er ist ja auf der Fliege heute! Ich bin der Fliege-Holländer! Das hat ein bisschen länger gedauert, aber wir haben ganz vergessen! Da oben wartet ein Bruder die ganze Zeit! Da ist der Bruder! So, sag doch mal kurz wie der Trickshot heißt! Also der nächste Trickshot heißt Baggerfahrer Schaufel! Was? Was machst du? Wir fahren Bagger! Bagger, Bagger, Bagger! Und dann brauchen wir ja die Schaufel! Ah scheiße! Das war keine Schaufel! Was Bruder? Baggerfahren! Nein! Oh mein Gott! Bausteller, Bausteller, Baggerfahrer! Baggerfahrer Schaufel! Hammer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist einfach nicht so! Oh mein Gott! 1 Schatz! 2.000 Jahre! später. Oh mein Gott. Let's die. Die Jungs waren am Anfang noch weiß. Jetzt kommt die Schraumpfülle. So, das war's. Boris, du bist raus. Ja, moin. Mach's gut, Boris. So, was kommt jetzt? Boris hat jetzt erfolgreich seinen Baggerführerschein gemacht, dank dem, ich glaube, 40 Minuten verschwendet von dem Video. Jetzt machen wir einen ganz einfachen Loch in ein Trickshot. Loch in ein. Das war alles schon mal gemacht. Wo soll ich draufwerfen? Ob Rechte? Ob Knie? Oh ja, auf Knie, Holzi. Ich dachte, du wolltest eine Knie-Springen-Annahme machen. Yeah, nice. Second try. Weil der erste Wurf scheiße war. Der liebt diese Rücken-Klatscher-Frontflip. Hey, der hat Füße. Kamera mal. Der hat Füße. Ich würde auch gerne einen Trick von dir sehen, so vom Bach da oben. Bist du bescheuert? Da kannst du doch nicht draufgehen, Alter. Ein paar Sekunden später. Nee, das ist der so. Jetzt mach mal fertig da. Wir haben wenigstens so viel Zeit. Jetzt. Drei, zwei, eins. Was hast du gemacht, Alter? Scheiße. Komm jetzt. Das ist der Between the Legs Backflip. Shot. Challenge. Freestyle. Yeah! Perfekt mit Gettyper. Ah, Junge. Das ist der, oder? Ah, ja. Das ist der Holzi. Eren. Das ist mein Ei. Das ist mein Ei, Eren. Das ist mein Ei, Eren. Das ist mein Ei, Eren. 4-9-Move, 4-9-Move 5-9-Move 5-9-Move Ich sterbe hier gleich Ja 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 Majorca Edition Tom-Balam-Ban Kommt, 1st Try Das ist der schlechte Ball Ich hab gesagt 2nd Try Kommt, 1st Try Warum bist du gay? Nein Wir brauchen selber hier Du brauch mein Latsch wieder da hin? Achso Ja, dann kommt das außen rum Willst du wirklich, dass sowas hochgeladen wird? Was du da gerade machst? Ich will wieder reingehen Dann gibt er uns keinen Zug Man hat uns einfach eingeschlossen Der hat einfach zugemacht Ich treffe jetzt Komm Holzi, komm Ich hab mir jetzt schon Bock Lieber Holzi zu treffen Bleib da, okay? Let's go Jetzt guck, wie wir jetzt eingesperrt sind Guck jetzt Die Tür ist zu Die Tür ist zu Die Tür ist zu Eine Ewigkeit später So, Freunde Zeit ist mehr als abgelaufen 60 Minuten sind rum Wir haben ein paar Trickshots geschafft Schreibt in die Kommentare Was macht der Junge? Der Junge ist so durch Scheiße, Alter Die Tür ist so durch Die Tür ist so durch t Die Tür ist so durch